Okay, da steht wieder Ulrika vor meinem Haus. Okay, annehmen. Wieder nach da unten. Reisebegleitung, was habe ich denn? Von Margit. Ihr habt keine zückende Wohnung, muss ich sagen. Vielleicht seid ihr das nächste Mal da, um mich heranzubitten. Von Lionel. Normalerweise schreibe ich keine Briefe. Aber manche Worte sind leicht auf Pergament geschrieben. Zum Beispiel, ich habe euch gern und dieses kleine Schmuckstück ist meine Art zu zeigen. Ihr gebt mir einfach einen Latzhaussteinsplitter. Okay. Ähm, aber ich ruhe mich jetzt erstmal aus. Tatsächlich. Weil, eigentlich müsste dann was passieren. Außer natürlich, dass ihr Blackbird-Bewertungen bekommt. Und, ich finde es gut, dass er immer so, ne? Oh, magisches Medaillon. Okay. Okay. Okay, ist nicht, dass es passiert, von dem ich dachte, dass es passieren wird. Aber. Oh, stimmt. As a matter of fact, ja. Jetzt noch kaufe ich mir einen Reisestein. Ich nutze es als allererstes mal, aber ich habe noch Blumensträuze, das ist gut. Ich, ja, ich muss ja wieder nach Haft, also. Gute Frage wieder. Okay, Rika folgt mir wenigstens. Hey, da ist ein Händler. Was hat denn die? Oh, die hat auch einen Reisestein. Ich brauche es ein Grollz, obwohl ich nicht sehe, dass es regnet, aber. Aber dies ist ja egal. Oh, mir ist klar. Oh, ja, gut, das kennen wir jetzt schon. Ich gebe mir einen Blumenstrauß und wieder Riftkristalle. Warum geben die mir ich immer Riftkristalle? Die brauche ich ja, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Oh. Manche sagen, man ist, äh, nehm, ein Soldat. Ach, okay, komm. Dann, wo muss ich ihn hinbringen? Ach, nach da oben. Ja, komm. Dann bringe ich ihn halt wieder dahin. Immer diese Squad-Mission. Guck halt jetzt dann noch, was ich noch für Quests offen habe. Also, ich habe ja eigentlich gedacht, dass er erst mal eine Quest noch triggert, aber, ähm, anscheinend hat die jetzt nicht so getriggert, aber, naja, gut. Dann gucken wir mal. Da oben sind noch Banditen. Wieder. Ich würde es eher interessieren, ob hier ein Drache auftaucht. Weil das hier ist ja ein Punkt, an dem Drachen halt auftauchen, ne? Da ist der Leonard. Okay. Dann komm doch mal mit, der Leonard. Okay. 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 Ich dachte, das ist eigentlich hier ein Ogre oder sowas. Aber die obligatorischen Wölfe kommen natürlich wieder. Oder immer. Kann natürlich auch sein, dass da oben jetzt ein Zyklop ist. Ich mache mir jetzt da keinen damage, aber sie sind halt lästig. Ich mag keine Harpien. Jetzt schießt sie doch halt mal ab. Na, endlich. Sonst ist sie auch nicht so langsam, was das angeht. Na gut. Irgendwo waren hier auch noch hier... Ja, ich glaube, wie hießen sie? Nicht Knäcker. Nicht Hacker. Also die komischen Waldgoblins halt. Das ist ja... Vielleicht Cracker oder so. Die ziehen sich immer Crack... Ich bin mal gegen den Baum gerannt. Aber es gibt auf jeden Fall einen Platz. Ich bin ja momentan auch irgendwie immer so die ganze Zeit am Halbdrachen suchen. Weil hier in Vermind gibt es halt mehrere Orte. Und nach einer Weile spawnen an allen immer welche. Ich glaube, es gab irgendwie fünf. Und wie gesagt, da spawnen mehrere. Ich muss noch mal an einen gucken. Weil ich glaube, einen Punkt, da war ich noch nie so wirklich. Also da war ich schon. Aber ich bin da halt nie so vorbeigegangen. Weil mein Lieblingsspot ist halt der da hinten. Da habe ich auch vor... Keine Ahnung. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich da... Da habe ich offscreen noch einen weggehauen. Immer wenn... Hier komme ich immer am meisten vorbei. Und da treffe ich natürlich dann auch den Drachen. Kann auch sein, dass der natürlich da hinten... Wo hier Sigurds Lieblingsplatz ist. Wenn ich Sigurd dabei habe und hier eh so ein Halbdrache ist, dann ist das eh immer relativ. Da ist das immer eh sehr nice. Weil er halt richtig gut gegen die ist. Aber er ist ja... Genauso wie ich ein Mystical Blade. Aber ich will hier doch was fliegen. Ich bin doch nicht bescheuert. Da oben ist ein Ogre. Komm, den Ogre holen wir uns. Der scheint mir irgendwas anzugreifen. Saurians vs. Hopgoblins vs. Oogar. Okay. Ah, da ist noch irgendwie... Ne, das ist... Kein Porn. Das ist einfach nur Salen. Und er ist schon tot. War sehr easy. Ah, hier sind noch ein paar Blumen. Sonnenblüte finde ich immer ganz gut. Ah, da hinten ist der Punkt. Ob ich denn was außenrum... Which way? Ey, ich will nicht mit dir reden, okay? Ich bin social anxious. Oder eher gesagt social awkward. Äh... Dann möchte ich nicht mit irgendwelchen Leuten auf der Straße sprechen. Auch wenn's Porns sind. Oder auch wenn sie mit mir sprechen möchten. Weil genauso gestern mit diesem Fundraiser-Typen... Der mich ange... Aber war ich... Solche Leute mag ich eh nicht. Also... Ich hab mich zwar mal für sowas auch beworben. Aber... Ich hab da absolut kein Interesse dran. Was war das? Ah, das ist ein Minotaurus. Das ist ein Minotaurus. Ja. Ah, ihr all right? Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Gut. Das war dann auch der Minotaurus. Haben wir den auch noch in der Folge gehabt. Da kommen meine Vasallenmedaillen wenigstens voran. Ich bin jetzt nicht der... Ich bin jetzt nicht das Kind of Dude. Warum auch immer jetzt der Dings kaputt... Ach so, sie hat auf den Dings geschossen, glaube ich mal. Warum auch immer sie auf den Fels schießt, aber... Danke, dass ihr an alten Soldaten... Okay. Ja, ihr deserved das. Und der gibt einen Blumenstrauß. So, jetzt geh ich noch nach da hinten, wo diese Brücke ist. Weil da könnte auch noch ein Halbdrauch sein. Aber da hoffe ich jetzt erstmal aufzubringen. Okay, da drüben ist der Overgrown Lizard. Und den mache ich jetzt auch so. Der geht auch voll auf die Dingens drauf. Die armen Rehe. Das arme Wild Life. Oh. Drüben. Oh. Oh. Und zack. Oh nein, ich hat Lindwohr in den Griffshallie gestohlen. Bam. Und da fällt er um. Wobei nur fast. Wieder ein Schlag ins Herz. Jo, der hat schon ziemlich ein Damage bekommen. Also man sieht es auch. Das finde ich ganz cool. Da kommt ein Drache. Der zieht wahrscheinlich auch für mich wieder. Komm runter. Bäm. Und he's dead. I lived a simpler life. Oh, okay. Vitamin eröffnet sich mir jetzt. Habe ich das Gefühl. One man changed all that. It is no simple matter for a woman to make it this far on her lonesome. Yet after all this time. Here I am. Here I am. It is no simple. Here I am. Okay. It is no simple matter. Here I am. Okay, wohl doch nicht. Aber ich warte jetzt nochmal bis morgen. Und dann gucke ich mal, ob sie noch was Neues hat. Es gibt noch eine Aufgabe von ihr, die ich machen will. Auf jeden Fall. Das ist mir wichtig. Und wie gesagt, ich gucke mal, ob sie morgen was anderes sagt. Hm? Oh. Okay. Da können wir doch durch... Einblick. I want you all to myself. When I imagine you in the arms of another, my heart feels apt to rend itself from my breast. Allard, pray forgive me, but I think it would be best for you to leave. We can discuss this matter another time. But why? We've only just... Ich bin ein Verzicht, das alle Frauen müssen. Ich glaube, dass ich nicht mehr darüber hinaus muss. Ich habe dich nicht für den Voyeuristik-Type genommen. Warum nicht du in? Oh, okay. Die Frau mit dem Fächer. Erschlagen gleich. Ja, Hilfe anbieten. Ach, Wilhelmina. Ich glaube, du würdest das schon verstehen. Ich glaube, du würdest das nicht sehen, dass ich ihn nicht sehen kann. Sauf ihm eine grüßende Demise für alle zu behalten, das ist. still if you insist upon searching for evidence of his crimes three days i will give you three days to find what you seek i shall wait patiently though not with okay we have always three days information we have thousands of messages before you ask that this is this instagram channel from this instagram group von keila shikes lol da wurde ich mal dazu eingeladen und ich dachte mir kommt verdammt ich habe drei tage wir haben nicht abend muss ich muss mit hoppen brand sprechen das ist das problem und wir warten bis abends ist nicht heute ist auf die drücken eigentlich nicht auf x ein bisschen körper war will ich warten ah da ist er ja schon so hey brand über das mermekolion was ist ein mermekolion ich denke dass der mermekolion das mermekolion das so war oh in normalen Situation ich würde nicht überlegen so eine klare Admission von murderers intent aber das ist allard we speak of von all die queen regent sycophants er hat die größte Autorität okay okay das fall from grace would do much to further our cause but we're to find the evidence we seek perhaps the merchants he deals with possess orc that could service merchants with connections to allard will reside in the merchant quarter though they're not likely to divulge their secrets readily some piece of physical evidence would be far less easily refuted than mere testimony was hat er im händlerviertel ansehen allerdings werden sie ihre geheimnis wohl nicht ohne weitere beweisstück okay das hat man brand bericht erstattet habe ich die quest gerade ausgewählt oder bin ich mit dem moichlikör ne ich bin mit dem moichlikör keine rose ohne dornen okay da oben ist was dann gehe ich jetzt einfach mal nach da oben wahrscheinlich muss ich wieder oh ne doch nicht wo ist ja nicht dass die kinder die da drin sind händler sind oh ja ja dann gut dann gehen wir zu spenden das ist ja jetzt eh abend also brechen wir wieder ins schloss ein ich kann auch in sein zimmer einbrechen eigentlich also von allard vielleicht hat er da auch noch ein bisschen evidenz dann gucken wir mal dann schleiche ich mich wieder hinten in den turm rein habe ich jetzt nicht ich dachte gerade ich habe zwei umhänge weil ich würde ja noch gerne dings werden noch ich weiß nicht ob ich jetzt ob das so jetzt passiert oder wann anders aber der satellitenturm wir werden ihn auch einfach wachturm nennen können aber ich bin jetzt nicht wessen gemächer sind das das magistatszimmer historischer bericht ja ok du hast mit sven gesprochen dann wird mir wo es dann wird mir das wohl hoffentlich helfen ich guck mal da drüben noch in die zimmer rein vielleicht gibt es ja auch noch irgendwie da komme ich nicht rein hier war ein fenster auch nicht offen dann gehen wir wieder dann gehe ich zu patrick das gute ist natürlich alles was ich machen muss at nightfall wir haben nightfall ist fast alles ziemlich gut muss ich nur gucken dass mich keine wachen erwischen wobei ich kann was machen die dann am ende nehme ich sie also mittlerweile bin ich stärker als die wachen ich könnte sie dann wieder töten oder ich nehme einfach die wachen und werfen sie dann einfach irgendwo runter muss aber noch nach links nach nach rest town er doch ruhestadt um doch den duplizierten dingstein zu holen ist auch noch wichtig und gott spritzen statt sprinten gelesen soll fernst bestêts hand hoch hier sind noch sonnenblüten die nehme ich doch gerne mit Okay. Okay. Mhm. 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 Okay. Gut, wenn das so ist, dann... ...gucken wir uns das doch mal an. Shall I summon him here? You could make use of his absence to steal into his manner and inspect his art collection. Ich glaub, das machen wir mal, ne? Vielleicht gibt's da auch ne Geheimtür hinter nem... ...oder zumindest irgendwas interessantes hinter so nem Gemälde. Ja. Okay. Okay. Da kommt er. Das finde ich immer gut, wenn es random Leute einfach so sagen, bin ich derselbe Meinung. Vielleicht in der Küche. Ich habe sein Abendessen gestohlen. Oh, da ist die Hintertür. Oh, ein Blumenstrauß. Ach, Gold. Geil. Oh, ne mit Hunica. Oh. Mordsgerichte. Ich bin einfach nur um die Suche hier, okay. Ich wollte eigentlich nur hier so die Kleidung mitnehmen. Ich bin der Wäschedienst. Ich nehme die Wäsche mit. Die vornehmen Kleidungsstücke, die hier auf dem Boden rumliegen. Ich kümmere mich um die schmutzige Wäsche. Hm. Where might I go to spend a few hours untroubled. Ja. Ich finde das lustig, wie er so sagt. Ja. Ja, hier hat überall Gemälde und die sind überall ange... Er hat in diesem ganzen Haus kein Gemälde, außer zwei Stück und nur eins davon kann ich benutzen. Cool. 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 So, muss ich die Sachen jetzt zu Wilhelmina bringen? Bring die gesammelten Beweise zu Wilhelmina, also sehr gut. Oh. I'll find myself a worthy patron soon enough. There's ought to be said, peace and quiet. A welcome respite from all that hustle and bustle. If you must go off on your own, there's naught to be done. I only hope you'll return sooner rather than later. It is not our place to hurry the Arisen. Don't happy voices. Ah. Da draußen haben wir sie. You've returned. I confess I thought you might not. I was ready to settle things myself. Well. Did you find what you were looking for? Yep. Erkenntnis über Bestechung, Mordberichte. Thank you. I can't believe you found this. All that remains is to end that man's life with my own hands. I've no other tasks for you. This partnership of ours has come to a close. Unless you intend to see this through till the end. You're a curious one, aren't you? You're a curious one. But what's just as curious. Is that I can't bring myself to refuse you. All right. If you're offering your aid, then I'll gladly accept it. Okay. Come with me. Allard is in the room to the left. Go in and restrain him for me, would you? Never mind the mask. Consider it a charm of sorts. As soon as you walk, he made my legs ache for fright. Ach, so ne Biestenmaske. Hab ich auch ne Maske? Also ich kann gar nicht in meine Gegenstände gucken. Oh, Allard. I've always wanted to see you like this. That voice. Wilhelmina. But why? Why would you? Do you still fail to recall? Even with this mask staring you in the face. But I suppose for a man such as you, a little murder, here or there, is hardly worth remembering. What mockery is this? In your youth, you slew two individuals. The merchant whom you served and his wife. They had a child, as I am sure you are aware. A newborn babe who was spirited away by her loyal wet nurse. You mean to tell me you were their child? But how can this be? Your mother, she was a beastron. Surely her child would be one as well. Fair assumption. But for better or worse, I didn't take after my mother. Safe for in one respect. Oh, she had a different eye. This is for my mother. And this is for my father. The time has come for all your sins to come to light, Allard. Mr. Allard? Has something happened? We've been noticed. I suppose a scream that hideous was bound to attract some attention. We can't leave the way we came in. Fortunately, there's a window here. I think it would be best for us to make our escape separately. Should we both make it out of this unfettered? Let us meet at the Mermakoleon on the morrow. Till then, be well. Okay. Oh, you will find no ally in me. Oh, you will find no ally in me. Oh, now he just has to kill him. Oh, now he just has to kill him. Oh, now you can kill him. ich kann dich nicht mal na gut wir gehen dann habe ich mehr leute die ich wiederbeleben kann also die kiste wahrscheinlich wir gehen jetzt erstmal da rein und auch stimmt ich kann noch die links des wundarztes rein tun habe ich habe ich bekommen nachdem ich noch mal ein paar mal im bordell geschlafen habe kämpfen die jetzt schon wieder oder ja oh oh ich habe die Chance ich habe die Chance ich habe die Chance Ich kann die gar nicht weiterwerfen, oder was? Ich will die eigentlich über die Zinnen werfen. Das war natürlich jetzt ein bisschen schlecht. Was ist vor allem? Was ist vor allem? Was ist vor allem? okay das ist wenigstens gut dass jetzt aufgehört haben da kann ich jetzt schlafen oh hey da drüben liegt was ich dachte das hängen die mir auch an die ich weiß nicht ob der da schon die ganze zeit lag oder nicht aber die hängen es mir wahrscheinlich aber trotzdem immer noch an die tür von meinem alten haus stimmt da gibt es noch was was ich mir holen will und nehmen da gab es auch noch diesen ring ich nicht benutzen kann weil er mehr ein gemächt ist oder eigentlich eher mehr so ein geschenk ding wo haben wir ihn denn wo habe ich den ach da ist sie ja ich habe endlich geschafft meine purpose hier und ich habe es alles zu dir es scheint die residenten des Palais haben entschieden zu behandeln Allard's untimely passing als ein accident ich denke dass sie es sicher haben nicht zu machen von dem incidenten nachdem du die evidence hast du für mich schröre wie ein den of foxes ich gebe ihnen das I truly cannot thank you enough But I want to try Oh Just this once I'll give you something special I'll grant unto you The sweetest of dreams I know not what I would do without you You have my thanks But it's time to say farewell for now Just know that my Bordelry will air be your haven Should you have need of it Lieflich Ring der Güte Was macht denn der Ring Find er so lustig wie er gerade geguckt hat Nach dem großen Sonnen ist so lustig Oh Okay Das war eigentlich gut Würde ich sagen Keine Rose ohne Dornen Nice